Angriff Unterarmwurf Im heutigen Handballspiel sollte ein Rückraumspieler mehrere Arten von Wurftechniken beherrschen. Der Unterarmwurf ist einer der schwierigsten Würfe für den gegnerischen Torhüter, da der Wurf oft sehr überraschend und aus verdeckter Position kommt. Wichtig dabei ist, dass der Schütze erst zu einem normalen Schlagwurf ansetzt, um dann mit einem Ausfallschritt den Ball aus dem Handgelenk an der Hüfte des Abwehrspielers vorbeizuwerfen.